Morgen ist für jeden etwas dabei. Die Gewitter- und Regenliebhaber kommen genauso auf ihre Kosten wie die Sonnenanbäter. Den ganzen Tag über ist es wechselhaft und schwül. Bei bis zu 23 Grad lässt sich das aber aushalten. Der Sonntag ist recht wechselhaft. Die Sonne scheint, es gibt aber vereinzelt Schauer und Gewitter. Außerdem kann ein böig frischer Wind wehen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber maximal um die 20 bis 23 Grad. Nachts kann es, bei leichtem Regen, auf 15 Grad abkühlen. Auch zum Wochenbeginn ist es noch leicht regnerisch und wolkig. Am Dienstag aber kommt der Sommer in kleinen Schritten zurück. Die Wolken verziehen sich weitgehend und die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad. Der Mittwoch wird mit bis zu 27 Grad noch wärmer. Asthma-Patienten können morgen aufatmen. Die vereinzelten Schauer können das Atmen erleichtern. Dagegen kann das wechselhafte Wetter mehr Herzbeschwerden und Kopfschmerzen verursachen.